Mein Beruf als Polymech ist technisch sehr interessant, abwechslungsreich und man muss sehr gut präzise arbeiten können. Speziellste Arbeitsgeräte sind die grossen, computergeschleuderten Maschinen, die wir die Kundenteile, auch unsere Kunden gekauft haben, produzieren. Für einen Polymech-Lehrer muss man sehr gutes technisches Verständnis haben. Logisches soll ja auch räumliches denken. Ein typisches Klischeef meines Beruf ist, dass man nur auf Knöpfe drücken kann. Das stimmt nicht, man soll mechanisch sehr, sehr forciert und müssen viele Schrauben lösen oder irgendetwas reparieren. Das stimmt nicht!